Hallo und willkommen zurück auf PlayStation Info und Abonnieren nicht vergessen. Gamer aufgepasst! Ein brandneuer Trick verspricht doppelten Spielspaß auf deiner PlayStation 5. Das PlayStation 5 Account Sharing ermöglicht es dir, deine Lieblingsspiele auf zwei Konsolen gleichzeitig zu genießen. Doch wie funktioniert dieses innovative Feature und was musst du beachten? Wir haben alle Infos für dich. PlayStation 5 Account Sharing So funktioniert das Teilen von Spielen und Accounts. Die PlayStation 5 bietet die Möglichkeit, Spiele und Accounts mit anderen zu teilen. Das ist besonders praktisch, wenn du mit Familienmitgliedern oder Freunden im gleichen Haushalt spielst. Hier sind die Schritte, um das Account Sharing auf der PS5 zu nutzen. PSN Account erstellen Falls du noch keinen PSN Account hast, erstelle einen. Wenn du bereits einen besitzt, kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Accountdaten austauschen Stelle sicher, dass du die E-Mail-Adresse und das Passwort deines PSN Accounts mit der Person teilst, mit der du Spiele teilen möchtest. Neues Profil anlegen Gehe zur Accountauswahl und füge ein neues Profil hinzu. Dies machst du, indem du ganz links auf Neu klickst. In den Account der anderen Person einloggen Logge dich mit den geteilten Accountdaten in den Account der anderen Person ein. Wenn du gefragt wirst, ob du diesen Account für die Konsolenfreigabe & Offline-Spiel aktivieren möchtest, akzeptiere diese Nachricht. Falls kein extra Bildschirm erscheint, ist die Aktivierung automatisch erfolgt. Zurück in deinen Account wechseln Sobald der Download des gewünschten Spiels abgeschlossen ist, kannst du über deinen eigenen Account das heruntergeladene Spiel spielen, als hättest du es selbst gekauft. Weitere Vorteile Du kannst problemlos miteinander spielen. Anna kann das von Bernds Account heruntergeladene Spiel auf ihrem Account starten, während Bernd gleichzeitig dasselbe Spiel auf seinem Account spielt. Familien sparen sich den doppelten Kauf von digitalen Spielen. Wichtiger Hinweis Überlege dir gut, mit wem du deinen Account teilst. Gib sensible Informationen nur an Personen weiter, denen du zu 100% vertraust wie Familienmitgliedern. Das PlayStation 5 Account Sharing ist ein spannendes Feature, das den Spielspaß auf der PS5 auf ein neues Level hebt. Mit nur einem Spielekauf können jetzt zwei Personen gleichzeitig in die Welt ihrer Lieblingsspiele eintauchen. Also schnapp dir einen Controller, lade deine Freunde ein und erlebe doppelten Gaming-Genuss auf deiner PlayStation 5. Bleib dran für mehr auf playstationinfo.de